ARD Text im Auftrag von Funk Bleibt alle hinter mir. Ganser! ARD Text im Auftrag von Funk Hier rüber. Noch ein Stück. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich kann ihn als Ersatzteillager nutzen. Dieser Schrott hier bringt dich durchs College. Irgendwas hier drin muss dieser Familie doch Geld bringen. So, du altes Wrack. Jetzt sag mal, was in dir steckt. Was ist mit dir passiert? Hier. Das ist kein normaler Stahl. Ich glaube, das ist nicht mal ein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Dad! Ich frage Sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Ich würde mich mit einem Texaner lieber nicht anlegen. Eine neue Ära hat begonnen. Die Zeit der Transformers ist vorbei. Kapierst du's nicht? Wir brauchen euch nicht mehr. Sie hätten meine Familie in Ruhe lassen sollen. Oh mein Gott! Das ist der größte Fortschritt in der modernen Physik seit Spaltung des Atoms. Ein seltenes Metall. Es verhält sich höchst instabil. Aus diesem Metall bestehen sie. Hier rüber. Noch ein Stück. So ein Truck habt ihr noch nie gesehen. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Ich glaube, das ist gar kein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer. Dad! Ich frage sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Nach allem, was wir für sie getan haben, machen die Menschen nun Jagd auf uns. Aber ich fürchte, jetzt sind wir alle im Visier. Was ist das? Wer hat dich geschickt? Das ist kein Krieg. Das ist der Untergang der Menschheit. Oh mein Gott! Mama Bee! Wie viele von unserer Art müssen noch geopfert werden? Du musst uns vertrauen, Prime. Vielleicht nicht darauf, wer wir sind. Aber darauf, wer wir sein können. Nein! Ich lass meinen Dad nicht im Stich. Wir brauchen eine neue Armee. Aber dieses Jahr. Wir haben nächstes Jahr mehr! Wir brauchen Coach Hangậu. Ich kann cervical Häuser.